Und wenn man umsteigt, ist es dann, weil dann passieren ja dann die ganzen Entgiftungsprozesse, ist es dann sinnvoll, noch zusätzlich Nahrungsergänzungsmittel zu nehmen, um den Körper zu entlasten in dieser Zeit? Das kann man so generell nicht mit Ja oder Nein beantworten, da müsste man den Einzelfall ansehen und da müsste man den Zustand der Person kennen, es gibt natürlich schon Dinge, je nach Situation, dass man sagt, okay, man bringt jetzt ein gewisses Vorfäh in die Situation, dass es dem Körper und dem Geist schneller möglich ist, sich zu regenerieren. Vielleicht kann man mit Homöopathie arbeiten, vielleicht kann man mit Algen arbeiten, vielleicht kann man mit gewissen Auszügen arbeiten, ja natürlich, das kann absolut Sinn machen. Das muss aber nicht in jedem Fall, das müsste man ganz individuell anschauen. Okay.